Hi Leute, hier ist wieder der Bär und heute geht es um Pokémon. Hat sich der Didier gewünschen? Gewünschen, dass wir uns vom Leo mal dieses Cover anschauen und ja, starten wir mal. Also dann starten wir mal rein und wenn es euch taugt, drückt auf den kleinen Bär, dann müsst ihr dann irgendwo hier sein und lasst mir ein Abo da, ein Like wäre toll, ansonsten, let's go! Oh yeah, recording alone, as I normally do. Pika, pika! Pika, pika! Pika, pika! Pika, pika! Pika, 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 pika! Pika, 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 pika! Dabei fällt mir ein, wer von euch macht noch Pokémon Go? Schreibt mal einen Kommentar würde mich interessieren! Outro 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 unterwegs, aber natürlich kennt man das Lied, natürlich kennt man die Figuren und ja, ich habe auch Pokémon Go gespielt, ich bin mehr so, falls ihr euch fragt, das Alter, He-Man, Marshall Bravestar und so, und bin da auch immer noch ein bisschen verrückt, ich zeige euch mal die He-Man-Sammlung bei Gelegenheit, ja, einfach klasse, es klingt halt alles besser mit Metal, kann man jetzt vielleicht auch anderer Meinung sein, wenn ja, hey, lasst euch mal aus, aber hey, ich liebe es, Metal, ich liebe diesen Leo und ja, da mache ich weiter, beziehungsweise da werden noch andere Reactions oder Reviews von meiner Seite aus kommen, ansonsten, es ist Montag, ja, ich wünsche euch viel Kraft durch die Woche, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, ich habe jetzt auch mal so ein Let's Play gemacht, ganz lustig, habe dabei die halbe Bude abgefackelt, virtuell, und ja, wie gesagt, kämpft euch durch den Tag, kämpft euch durch die Woche, Wochenende kommt auch bald wieder, ansonsten bin ich raus, der Bär, ciao.